Und ja, ich weiß was ich gerade eben gesagt habe. Ich habe gerade eben gesagt, dass ich in die Räume springen will, bis wir über den mächtigen Sargraum sind, mit dem, alter... Ich habe mich gerade umentschieden. Und das war falsch. Na gut, zweimal ja auch ein Häkchen. Die beiden hatten wir schon. Ich hoffe mal nicht, dass das Ding irgendwie anders aktivieren muss. Was wäre gemein? Äh, 14. 14 haben wir noch nicht. Also 9 haben wir, 5 haben wir, 2 haben wir, 14. Ja, alles noch schön ausgeschildert, sehr gut. Nix. 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 Nee. Oh, noch ein Häkchen. 14 Häkchen. 4 Hügelgräber hätten wir schon mal. 2 waren wir schon, 12 waren wir noch nicht. 12. Oh, das sieht auch schön dramatisch aus. Äh, ja. Einmal verkehrt rum. König. Nein. Also wir müssen jetzt das drücken, damit das andere wieder zugeht. Dass wir da drauf drücken, damit das wieder aufgeht. König. Nein. Na gut, 12 war es auch nicht. Ähm, 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 da. Und hier wissen wir nicht, wo es weitergeht. Oh, ein noch nicht, äh, geranker Bereich. Ich hau mal mit Schwert und Stab zu. Also, Streitkolben, Stab, Dolch, Streitkolben. Mach mal bitte das dann. Und den anderen auch noch. So. Das ist dezent einfacher als vorher. Wut, 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 wut. Wir sind noch gar nicht auf maximaler Stufe. Also wir könnten jetzt schon wieder einen Levelaufstieg machen. Richtig? Richtig. Äh, kommst du mit. Sieht aber nicht so wie die ganzen Königs-Zahn aus. Ja, Talana wird doch ganz schön runtergeflügelt mit den ganzen Glänfilermäusen und so. Wut, 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 wut. Hm. Oh, doch, der hier vielleicht. Nee. Nix, 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 nix. Okay. Raus hier. Und vielleicht noch rausfinden, welchen Raum wir gerade waren. Aber ich glaube, da stand nix an der Wand, oder? Äh, doch. Oh, und da ist der Ankh. Trotzdem schreibe ich mich schon mal auf. Vier. Ge-cleared. So, Ankh. Das da könnte sein. Ja, war es auch. Judi. Hier unten waren wir schon und sonst ist hier nix. Okay, das heißt, wir können jetzt zu den Ruinen gehen, richtig? Richtig. Der war... Stadtportal... Da. Fliegen. Oh, nicht gegen Häuser fliegen. Das mögen die Elf nicht so gerne. Ja, hier vorne oder ein Affli. Ich glaube aber hier vorne. Erzdroide. Meister Green scheint über eure Leistung außer sich vor Freude. Ich spüre, wie die Seele des Königs in das Land der Toten zurückkehrte, als ihr seine Gebeine zurückgebracht habt. Das Land säuft vor Erleichterung auf. Spürt ihr es? Die Zeremonie der Erleuchtung ist vollendet. Ich bin froh, dass ich alle Großdroiden unter euch zu Erzdroiden machen kann. Und alle Vertrauten des Großdroiden sind und Vertraute des Erzdroiden. Was für ein froher Tag. Eure Dienste werden nicht vergessen werden. Sehr schön. Das heißt, sie kann jetzt Alchemie-Großmeister werden. Sie kann Meditations-Großmeister werden. Ja, das war es eigentlich. Alchemie dann, ha? Zing, zing, zing. So, jetzt könnten wir einen Großmeistertitel kriegen. Äh, was war noch? Jetzt wichtig, meine ich. Ähm, Talana braucht noch ihren Stufenaufstieg. Weil er hat seins, sie hat ihrs, sie hat ihrs. Fehlt nur noch sie. Für sie müssten wir zur Magierschule. Oder waren wir da eben gerade schon? Geht in den Tempel von Bar und tötet den Hohepriester von Bar. Äh, ja. Holt den perfekten Bogen aus der Didan-Festung. Äh. Oh, findet Haldas Gebein im Labyrinth von Nigen und bringt sie zu Masim-Dama nach Nigen. Das war jetzt aber nicht gerade der König, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die zweite Mission, die ich meinte. Die in den richtig garstigen Nigen-Bereich war und nicht in dem Zwergen-Bereich. Also ja, das müssen wir später auch noch machen. Äh, oh nee, wir haben noch keinen Auftrag von den Magiern. Das heißt, wir würden gerne... Es gibt keinen Teleporter nach Pakada. Okay. So, diesmal. Diesmal nicht, ne? So, einmal auffangen bitte. Danke. Äh, Zauberschule. Ich glaube, wir können so den Teleporter benutzen jetzt am schnellsten. Teleporter. Schul-Tel-Zauber-Rei. Da. Und da... Nutzen wir unsere Bücherschaft, aber bringt uns nichts. Und hier. Erzmagier. Willkommen zurück, meine Schüler. Die Golem-Lektion war bloß eine Übung. Wenn ihr hingegen Erzmagier werden wollt, müsst ihr wirklich etwas für euren Berufsstand tun. Der Golem war ganz schön nervig. Äh, Kopien des berühmten Gottes-Eingriffs-Zauber-Spruch gibt es wirklich nicht viele. Wir haben eine. Und unglücklicherweise haben wir keine. Doch haben wir. Ich habe eine gefunden gehabt, aber ich glaube, das war ein Zufall. Was diesen Zauberspruch betrifft, haben wir schon ziemlich viel Pech gehabt. Eigentlich gibt es den Spruch schon seit längst vergängenden Zeiten. Doch wir haben ihn nie in die Finger bekommen. Wir sind oft ganz nah dran und schicken dann Gildenmagier los, um ihn zu finden. Aber bisher ist es noch niemandem geglückt. Und niemandem geglückt. Manchmal halten sie ihn schon in den Händen und verlieren auf dem Rückweg. Manchmal verschwindet das Buch einfach und taucht erst 20 Jahre später wieder in Irlander Höhle auf. Wir glauben, dass sich der Spruch im Moment im Brutgehege in der Grube befindet. Also bei den Nekromanten. Find den Zauberspruch und kehrt damit hierher zurück. Brecht diesen Fluch. Ähm. Gottes Eingriff. Aber das wird er nicht meinen, oder? Ne, meint er nicht. Ja, ist mir auch ein bisschen zu leicht gewesen. Weil den haben wir durch Zufall bei irgendeinem Kecker gefunden. Also zu den Nekromanten und da aufräumen. Ich weiß ja nicht. Erstmal gehen wir wieder nach oben. Aber warte mal, das müssen wir gar nicht so machen. Da fliegen wir einfach hier zu der Teleportstation. Die, wo war? Nordwestlich? Da müssen wir nämlich nicht von dem Teleportpunkt, wo wir mit dem Stadtportal hinkommen würden, laufen. Dafür müssen wir jetzt hier fliegen. Hat auch nicht viel Unterschied. Nö. Vor allem, weil ich nicht weiß, wo das Ding ist. Da ist das Ding. Und hier in die Trainingshalle und Geld ausgeben. Dumm, 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 dumm. Hier. 101 ist doch hervorragend. Jetzt haben wir da 51 Punkte zum Verteilen. Du wärst gerne sieben in allem. Aber wozu eigentlich? Körpermagie kannst du ruhig sieben werden, damit du mehr heilen kannst. Der Rest... Muss ich gucken. Streitkolben wäre ich gerne höher mit dir. Und Schild wäre ich gerne höher mit dir. Das Reparieren wäre ich gerne höher mit dir. Wobei wir eigentlich erst ein Meister werden sollten. Also kommt jetzt Streitkolben hoch, damit du einfach im Nahkampf mehr Schaden macht. Und Platte damit mehr aushält. Du. Du. Solltest eigentlich... Ich weiß nicht. Wassermagie oder mehr... Mana? Wie viel macht das denn? Wir haben jetzt... 332. 12 Punkte mehr. Das ist einmal Säurestrahl. Das wird ja auch immer teurer, ne? Ja, komm. Machen wir mehr Schaden. Passt das schon. So, du hast Alchemie auf 10. Mehr brauchen wir nicht. Deine Höhe bitte... Meditation auf 10. Damit du Großmeister werden kannst. Und... Erdmagie nutzen wir nicht. Und Luftmagie für mehr Schaden. Und du... Körpermagie, damit du Körpermagie Großmeister werden kannst. In einer Stufe. So. Ähm... Ja, wir haben viel zu tun. Nächster Schritt wäre wahrscheinlich wirklich zu den... Nekromanten zu gehen. Wobei das wird ziemlich happig werden, denke ich. Denn das ist das Gegenstück von hier. Und hier fliegen Engel rum. Die... ganz schön garstig aussehen. Tempel von Bar wäre irgendwie einfacher. Und Lichtmagie. Also ein Vöglein hat gezwitschert, dass wir Lichtmagie in Blockade lernen können. Das heißt, wir hüpfen jetzt mal kurz runter und suchen den. Oh, ist nicht gelungen. Aber wir haben einen Fehlerfall. Sehr gut. Äh... Also irgendwo hier. Wahrscheinlich bei den paar Häusern... Da. Da ist die einzige größere Ansammlung von Menschen. Zaubereien? Nein, wir wollen die Docks haben. Tempel? Nein. Tempel? Nein. Guild? Nein. Taverne? Nein. Nix. Kai. Kai ist ein Dog. Quasi. Du, flieg. Na komm. Monster Eingang. Monster Eingang. Das... Das Ding hat... Ah, da. Meditationsmeister sind wir alle schon. Kane ist in Afri. Lichtmagie-Experte. 2000 Gold. Wo ist der nächste? In Celeste. Das ist einfach. Müssen wir eigentlich nur ganz weit hochfliegen. Also sparen wir uns mal. Wir gehen hier rein. Irgendwo muss es jetzt einen Teleporter nach Celeste auch geben. Wahrscheinlich hier. Nein. Hier war falsch. So. Gib mir den wichtigen Teleporter in die Stadt der Engel. Komm, wir laufen da jetzt hin. Also fliegen da jetzt hin. Wo sind wir? Hier. Nördlich. Das hätten wir die Magie echt besser gestalten können mit den Teleporter-Pads. So. Chaos hier. Also. Lichtmagie-Meister. Da es hier nicht so viele Häuser gibt, müsste das passen. Da sind Häuser. Aber das eine war die Prüfung. Das da. Ich glaube, das war gar kein richtiges Haus hier. Nö. Da war nur das da. So. Karte sagt. Links rum. Sind Häuser. Und da sind Geschäfte, die sind nicht wichtig. Also gucken wir uns links rum die Häuser kurz an. Und wenn da keiner von denen ist, gehen wir rechts rum zu den anderen Häusern. Leer. Leer. Okay. Rechts rum zu den anderen Häusern. Zu dem und dem. Und da und da bin ich auch zwei. Das war für die Priester. Lichtmagie-Meister. 5000. Garvin Magnus. Der Großmeister der Lichtmagie mit dem Schloss der Zauberer Schloss Lammbendt. Das können wir noch. Oh. Können wir doch. Äh. Das war links. Ich glaube schon. Sehr schön. Da kannst du schon mal Tag der Götter lernen. Und Tag des Schutzes. Also. Tag des Schutzes. Belegt die Gruppe gleichzeitig mit den Zaubern. Schutz gegen Magie. Luftresistenz. Körperresistenz. Also alle Resistenzen. Federfall. Und magisches Auge. Irre. Irre. Praktisch. Und hält einen Tag. 15 Stunden. Ja. Okay. Das war der eine Zauber. Und der andere Zaubertag der Götter. Äh. Der Zauber erhöht zeitweise alle sieben Attribute der Charaktere um den dreifachen Fähigkeitswert. Das heißt. Unser lieber Girogon. Hat. 73 Stärke. Unser lieber Girogon hat 123. 80 Stärke. Auch sehr sehr praktisch der Zauber. Und das wird gleich noch wesentlich mehr werden. Weil wir auf den Großmeistersitel kommen. Und da wird es nicht verdreifacht. Sondern vervierfacht oder so ähnlich. Und das war das falsche Schloss. Äh. Äh. Komm. Genau. Einfach Engel anpöbeln. Ist okay. Auch wenn Talana das eigentlich machen sollte. Aber ich glaube ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut. Speicher ab. Und in der nächsten Folge laufen wir schnurstracks zu Schloss Lambent. Um da Großmeisterlicht und Magie zu werden. Und danach gucken wir weiter. Und stehen noch recht viele Türen offen. Also bis denne. Und dann werden wir ja noch nicht. Und dann liege ich das mal. Untertitelung des ZDF, 2020